Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust, hier als Ding am Start. Ich bin das letzte Mal da stehen geblieben, wo ich oft gestorben bin und sehr frustriert war. Der Sterbenscheiße ist einfach nur. Und wir müssen jetzt in dieses scheiß Villen in vier Stück. Und dann müssen wir unsere Sachen abgeiern. Und ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts laufen. Und zur nächsten Villa. Und ich glaube, wir haben... Haben wir zwei oder drei Villen abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Scheiße, ich muss mir gar nicht hin. Okay, das Einzige, wir müssen da runter gehen dann. Gehen wir jetzt hier hin. Und dann laufen wir jetzt erstmal hier runter. Da, jetzt nochmal nach links komplett durch. Den aktivieren wir mal schnell. Und von hier aus müssen wir jetzt nach unten. Ja, aber dann sind wir immer noch nicht bei vier. Ich glaube, wir sind immer noch erst bei drei Villen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das Spiel letztes Mal die bösste Sorte aufgeregt. Das war kein Spaß mehr, Leute. Ja, tatsächlich, ich glaube, wir müssen hier hin. Okay, okay, nice. Okay. Bitte lassen Sie mich... Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Powerwarden. Boah, ich krieg alles ab. Jawohl, good job, guys. Well fucking done, man. Jawohl. Jawohl. Die Mistviecher auch noch, die Regis versprühen und 1580 Damage machen, obwohl sie dich gar nicht treffen, man. Wird von das, man. Na klar, drück mich doch einfach mal. Nein, ich töte dir jetzt. Ich habe keinen Bock, wenn man das klebt. Das stinkt. Ich gehe mir auf den Sack. Pech jetzt. Was ist denn dann? So ein Level Up haben wir bekommen, würde ich. Na also. Ähm. Lebeck. Wir brauchen mehr Lebeck. Ah, Lebeck ist gut. Gut, gut, gut. Wir brauchen mal so einen Händler, obwohl wir haben nur 1000 Gold. Das ist gar nicht so nice. Scheiße, man. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Ich bin maximal. Pepe. Aber wir gehen einfach durch, Jupps. Wir basieren als Combo von 89. Einfach so. Alter, 200er Combo, Jungs. Und dafür haben wir auch noch ein Achievement bekommen. Just like that. Sick. Das war echt sick gerade. Da haben wir irgendwas. Tschüss. Tschüss. Neue Ringe und so'n Scheiß. Okay. Gut anblick. Mehr Leben, weniger Glück. Scheiße, Glück. Ah, okay. Boah, 1000 Westen. 15.000 ist wieder. Das brauchen wir. Das, das, das haben wir. Und das. Boah, ist ja geil. Dück. 35.000 verteidigen. Dann können wir die bauen. Ne. Ich kann gar nix bauen. 150 Angriff plus. Fleischklinge brauchen wir. Das können wir kaufen. Das können wir nicht kaufen. Aha. Kann ich hier Sachen auch verkaufen bei der Algen jetzt? Ist ja echt edel. Aber ich doch nicht. Aha. Aha. Okay. Morgen. Ja, 50 Angriff plus nur. Und dann müssen wir den Scheiß auch noch verwenden. Äh, kein Bock. Ich will das hier haben. Was brauche ich dafür? Fleischfilm ist... Fleischfilm ist da kein Fleischkling. Ja, egal. Wir brauchen einen Scheißhändler und dann... Dann werden die auseinandergenommen. Die Typen. Alle. Bam, ba-bam, ba-bam. Einfach so. Just like that. Hier ist wieder irgendwas. Verpiss dich mit mir. Ich muss die Geißen. Karami. Gib mir all your money. Gib mir all your money. Oh. 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 Ja, klar. Get reeekt. Ja, das ist doch sehr gut bis jetzt. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja. Ja. Wie kann ich nicht anfassen, vor favor? Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein, oh nein, auf den habe ich keinen Bock Auf den habe ich absolut no fucking Bock Ich brauche einen Kuchen oder sowas, da müssen wir irgendeine Scheiße droppen Ich brauche eine Scheiße Kiste oder sowas, ich brauche Lebe, ich brauche Lebe Oh, Bauplan Oh, ein Speicherpunkt, nice Da wird erstmal Deak abgespeichert Aha, okay, okay Oh, hier ist schon mal die Villa, okay Ja geil, da oben ist eine schöne Kiste oder so ein Scheiß, Leck nicht fett, Alter Zur Seite mit euch Ah, da kriegen wir schon mal den, ja na alter So Bing, Bing, Bing Bing, Bing Hot Dogs Und Kaffee Geil Erstmal healen wir den Shit, mit was healen wir? Mit Kaffee Und an Kaka Cool Hallo mein lieber Händler Hallo mein lieber Händler Ah, hello again my friend Ähm Krass teuer die Scheiße Ähm Lalalalalalalala 80 Angriff Holy Shit Will ich nicht haben Die hat hier auch nur, also Rüstungsteile hat er echt behinderte müssen, das ist echt scheiße Ähm Hier hat er auch Für das eine Ding bauen Verkauf, warte Verkaufsmodus Ja Das brauche ich, ne Davon brauche ich irgendwie so ein paar Das habe ich verkauft Kann ich eigentlich sowieso ein bisschen Shit verkaufen, weil Alter Scheiß drauf Verkauf das jetzt einfach alles Ich brauche Geld, man Ich brauche Zeug Wenn dann kaufe ich mir das einfach Wenn ich das Zeug brauche Woah Brrrrrr Ich mach gerade, ich hab Millions of Dollars 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 Verkaufsmodus Verkaufsmodus Einfach als verkaufsmodus Ich brauche Geld Ich brauche Money Ich bin Moneymaker Boah 46 Stück Ha Wie kosten die 2 Ach Verkaufsmodus Über 50 Das reicht, das reicht alle Das Ding ist, brauchen wir Futter Nein Voll geil Wir brauchen kein Futter Wir wissen, welche Scheißfilter jetzt kommen Auf der Karte So Da oben Da oben dieses eine Stück, was noch frei ist Da kommt man in diesen Scheißbereich Diesen hässlichen Ah, und dann da hinten kann man noch nach oben gehen Oh, ich hoffe, wir müssen da jetzt nicht eigentlich nach oben gehen Das ist ja super behindert Aber hier komme ich ja nicht rein Äh Ist das irgendwie auf das Dach der Villa oder so? Oder war ich einfach Hä, aber das kann ja nicht nur zum Chillen gewesen sein Hier ist ja eindeutig eine Villa Klar, wie komme ich hier rein, por favor Bitte, Auskunft, Gaben So much So much, no Auskunft Oder geht die erst später auf? Ist das die letzte Villa, wo ich erst rein kann? Dann muss ich aber wieder ganz nach oben laufen Alter, hab ich gar keinen Bock drauf Ganz ehrlich, hab ich gar keinen Kann ich hier porten auch? Boah, so ein Stein, ja, den kann ich mir ja kaum Ja, aber nee, anscheinend kann ich hier erst mal nichts machen Okay, gut, egal, dann hole ich mir so ein Stein Scheiß auf den Ich glaube, an die Villa kommen wir erst zum Schluss rein, weil ich glaube, da findet der Boss kaputt Ah, okay, vielleicht doch nicht Gut, okay, wir brauchen so ein Pils Okay, okay, okay Get over here some Ja, zwei Chickens Und einen Schlüssel Okay, fuck it Oh, doch Hier kann ich rein Ah, von unten Okay, okay Willkommen von unten Aha Oh, nee, der Geist kommt Oh, scheiße, 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 scheiße Oh, shit, oh, shit, oh, shit, ich bin runtergefallen Ich habe nicht geflogen, geh weg Du bist ein Böser Geist, bitte geh weg, por favor Oh, chick Oh, chick Don't touch me, don't touch my chicken Don't touch my chicken No way, man Don't touch it Can't touch this Can't touch this Don't touch my chicken Geh weg Stinkst Irgendwie war der in den anderen Häusern Schneller kommt es mir vor Aber was weiß ich schon Erst mal zehn Chicken Nice Nice Huh, was? Oh Ja, was weiß ich, warte ich, was weiß ich, ich muss hier We haben einen Rätsel Aha Auf einmal geht es Ähm, als Meister Kane heute morgen sein Büro für ist, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschrieben Schließe Ach, das ist dumm Achso, hier muss man es machen Äh, schließe jetzt, dass meine Aufgabe war und da sah ich seinen Schreibtisch bedeckt mit Papieren, die nicht mit Namen beschrieben waren Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren und dann auch meinen eigenen Namen Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr, aber ich hier endet die Notiz Okay, anscheinend ist er eingeschlafen Ah, was, wo sind wir jetzt? Habe ich jetzt das Ding gefunden? Boah, ich bin so maximal... Oh, persönliches Tagebuch Habe ich das jetzt gerade gefunden? Oh, hm Ah, nice Glaube ich Okay, cool, das heißt, wir haben hier den Eingang gefunden Oder Eingang gefunden zu dem Ding und dann müssen wir da jetzt noch nach oben Ja, wo ist es? Oh, das heißt, wir sind da nicht Habe ich es gammelt Aber damit bin ich D Was ich lache nicht? Ey shoute участ Oh, gehen wir die Pichern in den Sack, ey man. Get Dröhnt! Fuck, nid jetzt. Na, also, schön was geht. Get over here, son. Uh! Uh, zwei Kisten. Na, also, es lohnt sich doch jetzt mal richtig hier. Jetzt mache ich mich hier richtig money. Moneymaker, bitches. Blueprint, useless. Blueprint, oh, ein Pod-Blueprint. Was ist das denn? Boah, zwei Ranks, 20 Angriff, EP, alles. Was sind das für Ringe? Können wir die machen, oder was? Boah, das habe ich alles verkauft. For real? Kostet drei... Was habe ich alles verkauft? Fuck you, bitches! ... 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 ja was noch ich habe jetzt schon wieder weg das ist so behindert ich wollte doch ringe nämlich ringe ich will was anderes du kommst was halte ich jetzt bauen das ding ok jetzt haben wir es gebaut ist jetzt ausgerüstet das mache ich übertrieben wie damage oder was na also schön das Pistole oh der hat was zu essen bedroppt essen ist immer gut so so sorry 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 geht 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 neffige kleine Käfer also ein 2-Hit wenn ich da runter kommen würde wer ist ein 2-Hit also so 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 so